Der Staat geriet finanziell in die Klemme, weil die Ausgaben gestiegen und die Einnahmen gesunken waren. Geldentwertung drohte. Ein Schreckgespenst für die Deutschen, die das ja schon zweimal in diesem Jahrhundert erlebt hatten. Sollte man in dieser Situation die Steuern anheben oder nur sparen? Die FDP-Minister waren für Letzteres. Die Unionsparteien schlossen auch Steuererhöhungen nicht aus. Der Bruch war da, obgleich dies nur der Anlass war, den ohnehin mittlerweile ungeliebten Erhard loswerden zu können. Die FDP schied aus der Regierung aus und am Ende war die Sensation da. Eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD unter dem neuen christdemokratischen Kanzler Kurt Georg Kiesinger. Zum ersten Mal seit 1949 standen die deutschen Sozialdemokraten 1966 in der Verantwortung. Zu verdanken hatten sie dies vor allem ihrem stellvertretenden Parteivorsitzenden Herbert Wehner, der jahrelang und gegen viele Widerstände in den eigenen Reihen im Stillen auf dieses Bündnis hingewirkt hatte. Unterstützt wurde er dabei von Helmut Schmidt, dem neuen SPD-Fraktionschef im Bundestag, wegen seiner scharfen Zunge auch Schmidts Schnauze genannt. Ein alter Bekannter zog als neuer Finanzminister ins Kabinett ein, der CSU-Politiker Franz Josef Strauß, der gemeinsam mit dem SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller die Bundesrepublik in den nächsten Jahren erfolgreich aus einer wirtschaftlichen Talfahrt herausführte, der ersten Unterbrechung des Aufschwungs seit 1949. Mit West-Berlins populärem Bürgermeister Willy Brandt als Außenminister schien sich auch ein Wandel im Verhältnis zum Osten und insbesondere zur DDR anzudeuten. Der Mauerbau und die bald darauf einsetzenden Entspannungsbemühungen zwischen Washington und Moskau hatten ihn gelehrt, dass es eine Lösung der deutschen Frage nur mit der Sowjetunion, nicht gegen sie geben könne, wie er bereits 1963 in einem Vortrag erläuterte.